Null Sterne Deluxe, Folge 96 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hi zusammen, ich bin Vivi von Vivi Tweet und du hörst Null Sterne Deluxe, den appetitanregendsten Podcast rund um das Thema Kochen und Küche. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Gericht Linguine à la Puttanesca. Viel Vergnügen beim Zuhören und Nachkochen. Das war die Folgenansage von Vivi, der ihr bei Insta unter dem Account Vivi Tweet folgen könnt. Auf ihrem Account zeigt Vivi euch wunderschöne Orte, die sie bereist und was sie dort kulinarisch erlebt hat. Natürlich auch manchmal selbstgekochtes Essen. Sie will euch zeigen, dass Essen, egal ob selbstgekocht, einfachste Gerichte oder frisch aus der Sterneküche, immer ein Erlebnis ist und Passion und Perfektion darstellt. Für sie ist gutes Essen auch untrennbar mit ihren Reisen verbunden und von Leibgerichten bis hin zu komplett neuen und verrückten Geschmackskombinationen ist alles dabei. Sie hofft, damit allen Reisenden Empfehlungen geben zu können, die auch nach solchen Erlebnissen suchen. Toll inszeniertes Essen mit einer Prise Fernweh erwartet euch also auf Vivis Account. Also bucht jetzt eure kostenlose Reise zu ihr. Den Link zu ihrem Instagram Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst keinerlei Equipment dafür. Also schreib mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Diese Folge, liebe Koch-Rookies, möchte ich mit einem riesen Dankeschön an euch beginnen lassen. Denn ich habe mich tierisch gefreut, dass die Resonanz auf den Rezepte-Newsletter von Null Sterne Deluxe so groß war. Für mich ist dieser zusätzliche Service natürlich ein weiterer Zeitaufwand pro Folge. Und es wäre schon schade für mich gewesen, wenn sich dafür kaum einer gemeldet hätte. Denn einmal angekündigt, bin ich ja auch zur Umsetzung verdammt. Und jetzt freue ich mich einfach, dass ich E-Mails aus allen Ecken Deutschlands und auch aus der Schweiz und Österreich erhalten habe. Wenn auch du den kostenlosen Rezepte-Newsletter zu diesem Podcast in Zukunft erhalten möchtest, dann schreibe eine kurze Mail an rezepte.nullsternedeluxe.de Und du bist sofort mit dabei. Wie es sich für jeden seriösen Newsletter gehört, kannst du ihn auch jederzeit abbestellen, wenn es doch nichts für dich sein sollte. Aber warum sollte das der Fall sein? Du wirst nicht zugespammt, weil dieser Podcast ja nur im 14-Tage-Rhythmus erscheint und alle Inspirationen sind komplett kostenfrei und ohne Nachteil für dich. Die Mailadresse findest du natürlich auch in den Shownotes zufolge, wobei rezepte.nullsternedeluxe.de vermutlich auch noch Platz in deinem Kurzzeitgedächtnis findet. Heute kochen wir ein mega aromatisches Pasta-Gericht zusammen, welches extrem einfach, aber auch extrem schnell in der Zubereitung ist. Echte Feierabendküche also für die Tage, an denen es schnell gehen muss und trotzdem atemberaubend lecker sein darf. Linguine a la putanesca, was übersetzt tatsächlich Linguine nach Hurenart bedeutet. Es ist ein Pasta-Gericht, das mit einer extrem aromatischen Tomatensauce daherkommt und wirklich irrewitzig gepusht wird durch Oliven, Kapern und Anchovies beziehungsweise auch Sardellenfilets, ganz wie ihr sie nennt. Die Kombination wird euch umhauen, wenn ihr mit diesen Zutaten nicht fremdelt, was ja oft der Tod für intensiven Genuss ist. Die Herkunft des Namens ist nicht eindeutig belegt. War es ein beliebtes Gericht bei Prostituierten, weil es so schnell, also gewissermaßen zwischen zwei Kunden zubereitet werden konnte? Sollte der betörende Duft die Kundschaft anlocken? Die eben genannten Hauptzutaten sind in unseren deutschen Küchen nicht unbedingt immer anzutreffen, aber in Italien gehören sie genauso als Standardzutat in die Vorratskammer wie die Pasta selbst. Daher ist es also ein Essen, das immer schnell zubereitet werden kann, da alle Zutaten sowieso im italienischen Haushalt vorhanden sind. Despektierlich könnte man also sagen, dass die italienische Mama einfach allen Scheiß zusammengeworfen hat, als sie diese Soße kochte. Und da das Wort Putanesca, also Hure, auch als Schimpfwort gebraucht wird und dann aber eher so etwas wie Scheiße heißt, könnte es sein, dass Alaputanesca einfach nur zum Ausdruck bringen sollte, dass es ein Essen ist, bei dem man einfach zusammengeworfen hat, was da war. Allen Scheiß eben. Diese Version gefällt mir aber am allerwenigsten. Einmal, weil sie nichts mit Huren zu tun hat. Nein, im Ernst, ich mag es einfach überhaupt nicht, wenn man in Bezug aufs Essen respektlos in der Sprache wird. Diejenigen, die mich privat kennen, wissen, dass ich in Unterhaltungen kein Blatt vor den Mund nehme und ich finde, dass gutes Fluchen eine Kunst ist. Und das darf dann sprachlich auch gern drastisch vulgär sein. Aber beim Essen, nein, meine Lieben, da bin ich wirklich total empfindlich. Essen ist niemals scheiß, wenn es mit Liebe gekocht wird. Selbst so pseudowitzige Sprüche wie Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, haha. Wenn es ein Essen mit Bohnen gibt, erzeugt bei mir kein Lächeln, sondern inneren Brechreiz. Da bin ich wohl ziemlich eigen. Unsere Linguine à la Puttanesca sind definitiv kein Scheiß, sondern ein absoluter Klassiker der italienischen Küche, welcher mit so viel Temperament und aromatischer Kraft daherkommt, dass es nahezu unglaublich ist, wie schnell es zubereitet ist. Ein absoluter Allrounder. Alles, was ihr dafür braucht, nenne ich euch jetzt. Und die Angaben reichen für vier Personen. 500 Gramm Linguine. 90 Gramm Sardellenfilets oder eben auch Anchovies. 90 Gramm Kapern in Salz. 100 Gramm schwarze Kräuteroliven. 6 Knoblauchzehen. Eine kräftige Prise Chiliflocken. 5 Esslöffel Olivenöl. 2 Esslöffel Tomatenmark. 2 Dosen ganze geschälte Tomaten mit Saft. Diese kleinen Dosen mit rund 400 Gramm Inhalt, meine ich. 2 Teelöffel Oregano. 1 gestrichenen Teelöffel Zucker. Sardellen sind eine Zutat, mit denen viele völlig zu Unrecht fremdeln. Und das liegt wohl daran, dass uns immer irgendein Idiot die erste Sardelle unseres Lebens im Ganzen, also mit vollem Salzgehalt, ins neugierige München gestopft hat. Das ist selbst mir zu krass. Das Salz hatte natürlich immer nur die Funktion, die kleinen Fischchen, oje, das ist so gar kein Wort für einen Trierer, der im Rheinland lebt, also das Salz hatte die Konservierung zu übernehmen und war nicht zum Mitessen gedacht. Wir werden sie deswegen gleich vor der Zubereitung auch unter klarem Wasser etwas abspülen. Sardellen sind mit ihrer salzigen Würzigkeit übrigens auch eine mega Zutat auf der Pizza. Allerdings müsst ihr sie vor dem Essen der Pizza etwas mit einem Messer oder einer Gabel zerstreichen, damit sich ihre Power verteilt und eben würzt und nicht schockt. Der Name Sardelle leitet sich übrigens vom lateinischen Sarda ab, was so viel wie Hering bedeutet. Und zur Familie der Heringe gehören die Sardellen also und sie sind damit viel weniger exotisch, als manche annehmen. Kurze Unterbrechung. Ich weiß, du willst jetzt eigentlich nur die Folge zu Ende hören, aber damit dieser Podcast sich im Podcast Getümmel behaupten kann, brauche ich deine Mithilfe. Falls du Spotify auf deinem Smartphone oder auf irgendeinem anderen Gerät hast, möchte ich dich bitten, dass du Null-Sterne-Deluxe dort einmal aufrufst und mit einer 1-5-Sterne-Bewertung bewertest. Das geht ganz einfach und schnell und hilft mir wirklich. Einfach auf die Sterne drücken und ehrlich bewerten. Und jetzt geht's auch schon weiter. Unsere Linguine a la Puttanesca sind wirklich blitzschnell zubereitet und eignen sich hervorragend, um dem Feierabend die Würze zu geben, die wir vielleicht tagsüber im Büro vermisst haben. Und da die Soße echt schnell zubereitet ist, könnt ihr ruhig damit anfangen, das Nudelwasser aufzusetzen. Ich habe in den Zutaten für die Soße die Standardzutat Salz weggelassen, denn die in Salz eingelegten Kapern und die ebenfalls mit Salz konservierten Sardellenfilets im Glas bringen mehr davon mit, als wir brauchen werden. Aber das Nudelwasser salzt ihr bitte trotzdem ordentlich. Während das Wasser zum Kochen gebracht wird, entweder auf eurem Herd oder sinnvollerweise in eurem Wasserkocher, könnt ihr die Sardellenfilets und die Kapern in ein Sieb geben und bitte gründlich abwaschen und danach abtropfen lassen. Auch danach werden diese beiden Zutaten noch genug Salz enthalten, um unsere Soße zu würzen, aber es ist wirklich nötig, dass ihr das Salz von außen mit klarem Wasser abspült. Habt ihr gemerkt, welche andere Standardzutat ebenfalls fehlt? Richtig! Es ist keine Zwiebel dabei! Also die Standardanweisung, Zwiebel schälen und in kleine Würfel schneiden, entfällt in dieser Folge. Und auch wenn man sich über Routinehandlungen nicht mehr so den Kopf zerbricht, die hier nicht benötigte Zwiebel macht das ganze Ding noch schneller. Wenn Kapern und Sardellenfilets abgetropft sind, könnt ihr sie gemeinsam mit den schwarzen Oliven auf euer Schneidbrett geben und jetzt ganz einfach mit einem Kochmesser alle drei Zutaten hacken. Bei den Oliven ist es fürs Auge ganz schön, wenn ihr sie in Ringe schneidet. Aber wenn ihr das Essen nur für euch zubereitet, ist grobes Zerhacken vollkommen okay. Gleiches gilt für die Kapern, welche je nach Größe auch gar nicht gehackt werden müssten und die Sardellenfilets, denen wir durch das Kleinhacken ermöglichen, gleich noch besser in der Soße dahin zu schmelzen und diese dann so herrlich würzig zu aromatisieren. Damit wir gleich einfach die Soße zaubern können, macht es Sinn, auch jetzt die sechs Knoblauchzehen zu schälen und in Scheiben zu schneiden. Leute, das wird atemberaubend, nicht nur wegen des Knoblauchs. So, genug Genitiv für heute. Lasst uns loslegen, damit die Blitzpastasauce uns umhauen kann. Ach so, die Linguine, gebt ihr bitte ins Salzwasser, sobald dieses kocht. Aber jetzt machen wir schnell unsere Soße. Ihr hitzt die 5 Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne und gebt sofort den Knoblauch hinein. Wenn er nach einer Minute das Öl aromatisiert hat, könnt ihr die gehackten Oliven, Kapern und Sardellenfilets dazugeben und das alles mit den 2 Teelöffel Oregano würzen. Schafft euch mit dem Kochlöffel ein wenig Platz in der Mitte der Pfanne und platziert dort die 2 Esslöffel Tomatenmark, das dort ein wenig anrösten darf. Ebenfalls, nach ungefähr einer weiteren Minute, könnt ihr jetzt die Tomaten aus der Dose einrühren und sie schon mal grob mit dem Kochlöffel zerteilen. So, das waren jetzt ganze 4 Sätze von mir. Und tatsächlich ist die Soße damit auch schon fertig. Nun ja, erklärt, aber noch nicht zubereitet. Denn jetzt kommt der Faktor Zeit ins Spiel. Denn als aufmerksame Hörer von Null Sterne Deluxe wisst ihr, dass die Aminosäuren in den Tomaten jetzt ungefähr 15 Minuten benötigen, um unter Hitzeeinfluss zu zerfallen und so den vollen, herzhaften Umami-Geschmack freizusetzen, der in ihnen steckt. Damit die Säure der Tomaten ein wenig abgefedert wird, könnt ihr noch den 1 Teelöffel Zucker hinzufügen und jetzt ist nichts mehr zu tun, als den Tomaten etwas Zeit zu lassen. Je länger die Tomatenstücke in der würzigen Soße bei mittlerer Hitze vor sich hin köcheln, desto einfacher wird es, die verbliebenen Tomatenstücke mit dem Kochlöffel auf eine Größe zu zerteilen, die ihr gleich selbst am angenehmsten findet beim Essen. Also arbeitet da ruhig ein wenig nach und rührt dabei um, damit die Sardellenfilets mit ihrer herrlichen Würze Power in die Soße geben. Ach, wenn ich schon Power sage, dann ist jetzt natürlich auch der Zeitpunkt für etwas Schärfe gekommen und die erzeugt ihr mit einer euch genehmen Menge an Chiliflocken. Geht dabei ruhig mal an die Obergrenze von dem, was eure Zunge abkann, denn unsere Soße à la Putanesca darf richtig ausschlagen auf der Geschmacksamplitude. Wenn die Soße nach 15 Minuten sämig eingekocht ist und die Farbe sich ein wenig ins Dunkle verfärbt hat, könnt ihr dieses schnelle Pasta-Gericht auch sofort genießen. Ich würde in diesem Fall die fertig gekochten Linguine nicht in die Soße einrühren wie oft üblich, sondern sie direkt heiß auf dem Teller servieren und die Soße darüber geben. Möglicherweise mögt ihr noch etwas Parmesan dazu. Allerdings ist sein Nutzen begrenzt, denn seine beiden Hauptsuperkräfte, nämlich dem Essen Salz und die Umami-Herzhaftigkeit zu verleihen, sind bei den Linguine à la Putanesca gar nicht mehr notwendig. Macht das aber so, wie ihr das mögt. Guten Appetit und schönen Feierabend wünsche ich euch mit diesem schnellen, aber auch kochtechnisch super einfachen Gericht. Für mich ist es genau deswegen das perfekte Unter-der-Woche-Essen, denn das kriegt man auch hin, wenn man keine Zeit und vor allem keine Lust zum Kochen hat. Ein paar Zutaten hacken, alles ab in eine Pfanne und während man den Nudeln und den Tomaten beim Fertigwerden zuschaut, kippt man sich schon das erste Glas Rotwein in den Kopf, wenn einem danach ist. Außerdem ist die Auswahl der Zutaten perfekt. Ist euch das aufgefallen? Tomaten aus der Dose, Karpern in Salz, Sardellen in Öl und Oliven im Glas. Alles Zutaten, die einmal gekauft nahezu ewig haltbar sind und nichts davon ist frisch und verderblich. Einmal gekauft, warten die Zutaten somit monatelang darauf, dass ihr mal keine Lust zum Kochen oder einfach keine Lust noch zum Einkaufen zu fahren habt und dann ballert ihr in wenigen Minuten so eine Aromabombe auf die Teller. Heilige Scheiße! Welcher Partner oder welche Partnerin hält euch danach denn nicht für absolut unersetzbar? Die Schärfe der Chili-Flocken, die leichte Säure der Oliven, die Würze der kleinen Anchovies, die in der Soße komplett zerschmolzen sind und dem Essen eben nicht den Geschmack von Fisch, sondern eine Herzhaftigkeit geben, die ihresgleichen sucht. Dazu die fruchtigen Tomaten und der hier mal deutlich schmeckbare Knoblauch. Das ist wirklich fast eine Überforderung eurer Geschmacksknospen und wird euch sämtliche Sinne rauben. Egal ob Montag oder Mittwoch, so schnell könnt ihr euch auf keine andere Art und Weise in den Urlaub katapultieren. Wenn ihr Pasta-Gerichte mögt, dann checkt die Soße à la Puttanesca unbedingt aus. Ob ihr Linguine oder einfache Spaghetti dafür nehmt, sei vollkommen euch überlassen. Ich wünsche euch hervorragende 14 Tage bis zur nächsten Folge dieses Podcastes und freue mich schon darauf, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Euer Damian. Dieser Podcast ist nicht kommerziell. Für Produkte, die ich erwähne oder empfehle, erhalte ich keine Zuwendung irgendwelcher Art. Ich empfehle sie ausschließlich aufgrund meiner persönlichen Erfahrung und Überzeugung. Alle Meinungen, die ich hier vertrete, sind ebenfalls aufgrund meiner Erfahrung gebildet. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass sie dir letzte Weisheit darstellen. Wenn du Meinungen, die ich hier äußere, nicht teilen kannst, dann ist das legitim und toll. Denn das bedeutet, dass du dich mit dem jeweiligen Thema bereits auseinandergesetzt hast. Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, Das heißt, ich erhebe keinen Anspruch darauf, Ich erhebe keinen Anspruch darauf, das ist ein Punkt. Vielen Dank.